Das ist insane, Junge. Das ist einfach nur Cheaten. Ah! Ah! 3, 2, 1, go. Tobi, halt's Maul, Mann! Ja, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Und heute haben wir was ganz, ganz, ganz... Oh, jetzt habe ich hier draufgerückt. Was ganz, ganz Besonderes in Minecraft geplant. Und zwar spielen heute Tobi und ich eine richtig, richtig geile Jause zusammen. Wir haben ein neues Datapack hier zusammen. Tobi, was passiert jetzt hier genau? Warte, bevor wir sagen, weißt du, was mir gerade auffällt? Das erste Mal nach langer Zeit, dass wir Minecraft-Videos so aufnehmen. Weißt du, wie krass es ist? Das ist sehr krass, ja. Willst du nicht erzählen, was passiert? Weil du kannst es schon relativ gut zeigen, wahrscheinlich, ja. Das Ding ist, Leute, also mit jedem Block, den ich quasi aufnehme, werde ich immer, immer schneller. Das heißt, ihr merkt es gerade, mein Speed-Effekt wird immer krass. Ihr seht, wie sich mein Field of View ändert und mittlerweile bin ich halt, wenn ich sprinte, schon so schnell. Das heißt, angenommen, ich würde jetzt quasi das ganze Holz, was ich gerade habe, ne? Ja. Die Holzblöcke umändern. Ja. Dann... Oh, Bruder, Tobi, wo läufst du denn hin? Erklär mir bitte, erklär mir bitte, wie soll man das denn schaffen? Ich hab keine Ahnung, ey. Hä, das ist gut, du bist schnell. Das Ding ist, irgendwann hast du ja sowieso immer so viel Blöcke im Inventar, das heißt, langsamer kannst du gar nicht mehr werden. Äh, halt nur schneller, ne? Was ist das Maximum? Ich weiß nicht, gibt's ein Maximum? Ich kann's dir nicht sagen, aber wahrscheinlich gibt's ein Maximum, oder? Ich meine, irgendwo muss doch die Schnelligkeit aufhören. Ich fahre mir gerade Blöcke, warte. Okay, pass auf, ich mach mir mal ein bisschen Holzblow, dann gehen wir direkt unten in die Mine. Wir werden wieder versuchen, Leute, mal gucken, ob wir diesmal den Enderdrachen zu Ende legen oder nicht. Wahrscheinlich werden wir es nicht schaffen. Wir haben halt nur 20 Minuten Zeit. Aber das Ding ist, dass wir das auf jeden Fall gerne nochmal im Stream weiterführen können. So, Tobi, kommst du mit? Alter, Junge, man ist so eklig schnell. Boah, Bruder. Wo bist du denn? Holy... Hey, Digga, ich bin hier vorne nicht im Wasser gelaufen. Junge, wie schnell? Alter, what? Digga, ich will auf dich springen. Junge, das ist doch nicht insane. Man ist ja sogar noch schneller, wenn man... Lull. Digga, ist so heftig. Okay, Enderdrache ist tot. Mega. Nee, der Enderdrache... Das haben die wir heute gar nicht gesehen. Tobi, der Enderdrache... Ich hab 80.000 Blöcke im Inventar, das haben die gar nicht gesehen, so schnell. Tobi, das stimmt nicht, du bist hinter mir die ganze Zeit, also... Tiere essen hier vorne. Hier sind die Kühe. Ich hol die Kühe hier vorne. Ich hol die Hähnchen. Ah, nice. Oh mein Gott, Digga, hier wäre direkt ein Portal, was wir machen könnten für den Leather. Ja, 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 okay. Wir spielen durch, sofort. Okay, Bro. Ich mach sofort ein Steinschwert und hol mir die Kühe hier vorne. Speedrun auf Ehrenbruderbasis, Junge, hier gerade, Alter. Speedrun wortwörtlich, ne? Speed and Run. Ja, 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 ja. Digga, nee, lach mal. Nee, lach mal immer. Speed and Run. Boah, Bro, Alter, man wird immer, immer schneller, Digga. Mit jedem... Koppelst du auch nicht abbaue. Digga, vor allem, wenn du sneakst, du bist trotzdem schneller, als wenn du in Minecraft sprintest, ne? Oh mein Gott, Junge, der Server kommt nicht hinterher, man, das ist so schnell, Tobi, der Server kommt nicht hinterher. Ach, das wird schon. Das Ding ist, ich weiß nicht, ob dir aufgefallen ist, das wird mit Boots gemacht. Guck mal deine Boots an. Will ich die einfach ausziehen? Na, damn, okay, kann ich nicht. Warte. Bin da. Okay, man kriegt immer ein Speed mehr, Digga. Holy. Okay, lass uns hier runtergehen, irgendwie da ist eine Höhle, links, siehst du? Au. Oh mein Gott. Au. Ein Herz. Kannst du Kohle reinpacken? Was ist das? Warte, 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 ich laufe schnell zu dir, okay? Weißt du, haha. Digga, du brauchst Holz einfach einstecken und dann bist du so Speedy. Digga, ich frag mich halt, was ist Maximale? Irgendwann muss doch mal Ende sein. Digga, hier vorne ist noch, warte, Bambus. Bro, Digga, ich bin so schnell. Das ist insane, Junge, das ist einfach nur Cheaten, Tobi. Das ist nicht, wenn wir von Minecraft gebannt werden, jetzt, ne? Äh, warte mal, es klingelt in meiner Haustür. Mach nicht auf. Hast du ja einen Notch? Tobi? Oh, gut, dass ich drei Sachen in meiner Hosentasche habe, jetzt bin ich schneller als sie. Tobi, das ist nicht... Ja, ein Notch. Gerade mein Essen. Du meinst unser Essen? Ich mach gerade mein Essen, ja. Unser Essen machst du gerade. Hier ist schon mal drei Fleisch für dich. Das andere... Das andere... Ey, Digga, Mann, Alter, lass es doch! Geh mich ja Loser. Weg. Okay, ich geh schnell. Oh mein Gott, Tobi, ich bin so schnell. Keine Chance, keine Chance. Oh mein Gott. Digga, bist du so flott? Oh mein Gott, ich hab direkt eine Hülle gefunden, let's go. Okay, was brauchen wir jetzt nur noch? Eisen. Eisen eigentlich nur noch. Eigentlich nur noch Eisen, dann können wir schon das Eisen brennen, dann können wir schon los. Dann können wir in den Netter und dann machen wir Eisen. Hä? Was? Nein, 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 wir haben doch schon Eisen, du Bot, Junge. Holy... Digga, das ist ja wirklich ein Speedrun. Okay, Bro, ich hab genug Eisen eigentlich für ein Bucket. Übel nice, gönne ich dir sogar. Oh mein Gott, hier geht's doch weiter, hier geht's doch weiter. Hier geht auch... Oh mein Gott, ein Herz, ein Herz. Digga, was machst du die ganze Zeit? Ein Herz, ein Herz, ich bin zu schnell, ich kann nicht bremsen. Halt doch an, der bleibt stehen. So ein Aff. Ich mach uns doch bei der Eisenrüstung, Digga, wir leben erst seit sechs Minuten auf, Junge. Let's go. Alter, das könnte echt gut werden. Der Ende darin könnte, der ist der Wow. Der ist der Wow. Okay, ich glaub, wir machen auf jeden Fall zwei Parts davon, Leute. Der eine Part ist nur quasi die Preparation, der zweite Part ist das Reinlaufen in den Nether. Das auf jeden Fall, wir sind ja schon hartstark, Alter. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, liken. Ich bin auf so einen Vorsprung gelandet, wenn ich da nicht leide wäre. Ah, ich bin nochmal runtergefallen. Hilfe. Ich seh dich da unten. Ich kann mich nicht mehr bewegen, ich bin zu schnell. Da ist ein Creeper. Okay, Eisen holen. Alter. Hast du den Ofen dabei? Äh, ja. Oh nein, Skelett. Das trifft mich eh nicht, Digga, ich bin der Schnellste hier. Speedy Gonzales, Speedy Bee, Speedy Boom, die schnellste Maus von Mexiko. Kennst du das nicht? Nein? Ich bin gerade ganz schnell in den Creeper gelaufen. Ey, maybe finden wir noch Diamonds. Nee, das darf man hier nicht. Digga, man, musst du aufpassen. Irgendwo dir ist denn hin? Digga, man ist so insane schnell. Das ist ja wirklich geisteskrank. Also, nicht wenn man geblitzt wird. Junge, ich will einfach nicht mehr mit dir spielen. Es nervt mich einfach nur noch los. Warum du hast es gesagt? Ah! Was machst du? Ich verbrenne, ich verbrenne, ich verbrenne. Alle Eidels sind weg. Alle Eidels sind weg. Nein. Bitte. Leb. Leb. Leb doch. Oh mein Gott, habe ich es geschafft? Habe ich schnell genug reagiert? Habe ich schnell genug reagiert? Oh mein Gott! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Digga, ich habe so crazy gut reagiert, Alter. Nimmt gar nicht. Alter, was? Guck mal. Oh, Junge, Alter, das ist insane. Ich kann mich überholen. Bruder, ich denke auch die ganze Zeit, dass ich schnell reden muss jetzt, ne? Ach so, mach doch. Okay, Alter, ich habe gerade das Harry Potter Buch durchgelesen einmal. Du hast einfach irgendwas gesagt. Nein, ich habe es vorgelesen. So, jeder Eisen-Chessplate, Eisenschwert und Eimer dazu, dann haben wir eigentlich alles. Dann können wir das Nether-Portal oben gießen und dann eff in the chat boys. Alter, guck mal. Wir machen jetzt Weitsprung. Guck mal. Ich stehe hinten. Drei, zwei, eins und go. Junge, was, Alter? Und weg. Okay, jetzt kommt ein Programmer-Move. Ähm. Oh. Wie schnell man bauen kann. Guck mal. Junge, oh mein Gott. Digga, diese andere Back-Wars. Back, 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 back. Lass uns hochgehen. Wir können hier nicht hoch. Was? Wir kamen nicht von hier. Doch, natürlich kam er von hier. Von hier oben irgendwo, warte. Ich bin hier von hier oben. Wir müssen hier. Doch, von hier kam ich. Hast du eine Hacke? Bau dich hoch. Hoch zum Lavasee. Let's go, komm. Digga, ich steige aber die ganze Zeit. Ich kann mich nicht bewegen. Es ist viel zu insane. Junge, man ist viel zu schnell. Das ist ja viel zu krass. Das ist ja viel zu heftig. OMG. LOL. Oh mein Gott. Ich springe. Oh. Digga, wie soll ich das schaffen? Bruder, wir können im Nether nie im Leben uns bewegen. Wir fallen da instill runter. Wir müssen, wir dürfen da nur mit ganz ganz wenig Items heilen. Okay, ich bin mal im Lavasee. Ich auch. Willst du das Portal gießen? Nee. Ich kann das nämlich nicht. Können wir mal kurz weiter rennen? Nein. Hier in die Richtung. Nein, Junge. 3, 2, 1. Okay, 3, 2, 1. Junge, holy shit. Junge, was? Junge, wie schnell man ist. Ja, guter. Okay, Tobi, lass das Portal gießen. Komm. Kannst du das? Ja, ich kann es gar noch. Ich kann es echt nicht. Hä? Ist doch nicht schwer. Ich fahre am Essen. Bro, what the f***. Gib mal, Mann, du Idiot. Wofür bist du dabei? Ich dachte, du bist gut in sowas. Ich bin Speedrunner. Gib mal, gib mal in Eimer. Woher? Soll ich zaubern? Mann, du dummer Wig... Wird gerade gemacht, Chef. Entschuldigung. Ich habe Eisenschliefel verbrannt. Ich glaube, selbst sogar für einen Speedrunner ist es richtig langsam in 60 Minuten in der Sache gekommen, Tobi. Das muss ich ganz ehrlich an der Stelle mal sagen. Ja, aber ist ja nicht... Also liegt er an dir. Wahrscheinlich liegt es an mir. Bro, ich dodge jeden Pfeil. Alter, mach mal F5 und lauf straight, Digga. Nee, ist okay. Mach ruhig, mach ruhig nichts Sinn... Aua, mach ruhig nichts Sinnvolles. Finde ich selber an. Ich war da für eine Rüstung. Du hast dich selber angezündet. Hast du einen Eimer, ja, ne? Ähm... Ähm... Ja, das war gut. Also weiter intelligent gespielt. War ganz okay. Aber funktioniert. Aber ich glaube, ich muss... Digga, wie viel Glück kann man haben, dass wir einen Lava und einen Wassersee hier haben? Hä? Warum? Tja, nebeneinander direkt, Digga. Die sind drei Blöcke nebeneinander. Casual. Nein! Ich bin so dumm. Richtig. Bro, ich habe nichts zu essen, ne? Ja, ich bin gerade auf dem Weg. Ja. Hier sind Kühe. Bruder, ich kann nicht mehr die Kühe fahren. Digga, es ist so... Es ist so anstrengend. Ist voll schnell auch. Junge, Digga, wie soll man denn? Die armen Kühe, Alter. Die sehen nichts. Und auf einmal bin ich da. Zack. Fast like the lightning. Was? Dann wieder Blitz. Fast like the lightning. War sehr unangenehm, wie du es gesagt hast. Fast like the lightning. Brachen lernen, Bubble. Bro, ich muss ein paar Blöcke loswerden, Alter. Das geht nicht. Ich muss auch gleich ein bisschen was wegwerfen, Bruder. Alter, ich habe... Es gibt kein Ende, Digga. Es geht über 1 sogar. Echt jetzt? Ich bin plus 1,02. Alter. Verpiss dich doch, Mann. Holy shit. Ja, okay. Ich meine die Spinne eigentlich, aber... Wenn du das auch machen willst. Digga, ich glaube, ich habe noch nie so inkompetent jemanden an der Sabotage gießen sehen, wirklich. Das ist so peinlich, Alter. Du hast zu mir aber doch gesagt, können wir nochmal einblenden, ähm... Als du zu mir gesagt hast, wie, du kannst es nicht, oder Bro, oder... Ich kann es echt nicht. Hä? Ist doch nicht schwer. Wofür bin ich denn dabei? Ich dachte, du bist gut in sowas. Ja, Bro, ich kann es schon, aber es ist halt sauschlecht, wie ich es halt mache. Okay, dann tue ich es auch bestimmt. Digga, ich habe 1,1 Speed. Ah, Tobi, ich brauche Essen. Ja, ich bin doch wieder da. Digga, ich bin gerade 80.000 Blöcke da gelaufen. Oh mein Gott. Digga, Lieferando, Diglong. Essen schnell. Alter Junge, ich kann mich nicht mehr bewegen. Oh, wir brauchen unbedingt ein Essen. Hast du schon einen Helm? Nee, ne? Nein. Mach ich dir. Hier. Okay, jetzt gleich habe ich, ich habe es gegossen. Okay, ein Nasser-Portal steht. Wir brauchen, wir brauchen Flinten-Stil, Flinten-Stil. Ich brauche, ähm, Flint. Hol dich schnell. Bro, ich brauche was zu essen. Das ist das Wichtigste, ne? Ja, ist im Ofen, Digga. Chill doch. Eine Schaufel mache ich mir. Aus Eisen natürlich, klar. Und dann sind wir gleich schnell im Nasser. Okay, let's go. Okay, bitteschön, das ist Flint. Okay, gut, Leute. Dann würde ich sagen, machen wir hier den Schnitt. Und zwar haben wir es geschafft in 3, 2, 1. Uff. Und wir sind im Nasser in 3, 2, 1. Kann es jetzt nur noch aufwärts gehen. Geil. Und laut dem Terrain steht die ganze Zeit. Alter, oh mein Gott. Oh nein. Der Kefett ist der Leiter der Welt. Der Kefett ist kaputt. Nein, ist es nicht. Doch. Ich sterbe gleich, sterbe gleich, sterbe gleich. Bruder, der Kefett ist kaputt. Tobi, halt das Maul, Mann. Bitte, du musst lernen, das Maul zu halten. Oh mein Gott, ich bin so tot. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lasst einen Daumen nach oben, da haut rein. Bis dann. Ciao. Ciao.